Los geht's I'm not going to die Oh lalane Was? Ich hab gehört du carries dieses Game? Ja wie jedes Game Aber immer nur wenn Montags tut Wenn Montags tut? Ja Ey nicht Wer von dir der Support Weißt du was mein Telefon tut Das tut 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 Weißt du was Telefon tut? Äh Keine Ahnung Weißt du was Telefon tut? Jeder weiß was Telefon tut Es ist so, da wisst ich auch Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Uhhh Propeller Propeller Äh 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 Was ich kann nicht mehr Verhofft man sich noch Dorans Klinge am Anfang? Ja Ja Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Dorans Klinge Entschuld Schluss Na ist einfach Ja Ich Ich hab ne Ball auf'n Kopf Ich bin ne Oh Jann Na Ich spiel einfach mit Full Tank Äh Mastery syndrome ey Heiligsblechle das ist überhaupt für den satans o gegen fies so ein spaß die alter des spaniers gracias por favore biete callers Daniel, was heißt denn das? ähh, kein Plan Daniel, ganz spanisch? ja ja also weil ich es in der schule hatte also im spanisch ja also kein richtiger spanisch ja genau genauso wie das französisch äh je m'appelle äh äh je travaillais fromage ähm 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 ja bei mir ist der Fiss noch bei 26% ihr seid schon drin oder? ja bei uns geht's schon los zweite Minute achso und ich frage ob ich jetzt noch warum ich alleine bin ja ok warte dann starte ich's nochmal nochmal oh nö ich hab so heftig keine Eude gespielt ich hätte einfach Elixirun nehmen so wieso ne ich hab Tank ruhen alter oh mein Gott wieso was spielst du? ja na au ich krieg Towershap alter wieviel Schaden macht die ist der Halschweisenbergs wieder am Start ist der Halschweisenbergs wieder am Start ja die red ich brauche eine Gank du brauche eine Gank? Gank ist Gank na gut du brauche ne du brauchst ja die brauche eine Gank und wieviel ist mal da kommt denn der Hurschweisenbergs krass warum hab ich die nicht ich bin gleich wieder auf durch da warst du nicht eben noch leona äh ne ich hab's dann gespielt hallo du brauchst nen gank Basti du willst dass ich dich so jetzt ganke ist das keine gute Idee ich glaub nicht dass das ne gute Idee ist warum net warum net ich riebe mich selbstverständlich äh Rengar ist das so auf hier bin tot war cool mit euch ach Basti ich hab gesagt ich brauch nen Gag was macht unser Gerber er ist essen oh mein Gott das ist ein Aiden hallo hallo geht's noch geht's noch aber erstmal dummer alter Julian was willst du Julian jetzt sagen die das auf keinen alter Babys Beauty Place okay Flash raus passt nicht Beauty Place Beauty Palace ja wollte ich grad sagen ne der Beauty Place ist ein Beauty Palace andersrum der Palace ist ein Place der Bad Nighttime ist auch ein Place und gleichzeitig Bad Nighttime wow hast du grad versucht dich zu retten äh ich hab mich gerettet äh ich hab mich gerettet kann für zwei Minuten versuchen nö kann sich nicht anerkennen nö 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 Raum komm sterb am Ignite WAS ups alter Dr Pascal hat Karma nicht verstanden warum weil du bei Pascal sind Penner Karma Dealer mhm also wenn du dir Geld gibst kriegst du Karma naja also dir kannst du Karma kaufen einfach wisse das Karma ist Champ und Low alter 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 er hat bezweiflung der ist tot weg wie Babo wo das sie eine Richtung am Kopf weil da ist uns der Fischend aber sprach hat dich erwischt halt's Maul nein ich hab recht Alex tut schon zweimal von der gegründet einmal erfolgreich was sagst du dazu ich hab' gesagt ich hab' gesagt wie ich soll die ich könnt' ups ja ich hab's dir ja auch empfohlen ein das ist nicht das war bevor ich gesagt hab ich nur für Minuten wo wie überfall ist auch noch ich komme schließlich wegen uns aufschlagen beziehungsweise wegen einem Ende mit Schaden ja wie soll ich nur die Gegner Meinung nach oder der Anmacht nicht so lieb äh Julio das wurde die kriegst du noch nicht ein weiterer auch leuchtet endlich überlebt das das ist es für es schade 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 und die Träne gekauft ich brauche das ist ja noch gut jetzt ein gerüsteter oriana player wir schauen müssen viel zu viel schaum besonders schokolade frisst was oder für hilfe ja sag mir wie ich die ganken soll ja jetzt ist gerade scheiße warte einfach bis ich level 6 gefahren hab mit warwick tut mir doch eh nicht vor 6 ganken war das nicht so ja richtig das kann ich auch nur wenn jemand lowlight auf der lane ist unter level 6 auch und sehen die mich kaum und weg wirklich verlaufen ist eigentlich nicht so krass aber für das ist ja noch ist christus christ hat dich schon wieder so das ist oder sonst wird geholfen er ist da lang werte so das andersrum du bist keine ahnung ich denke mal ob da ein pink dran ist wir hätten den sehen müssen bei einer lucht das ist wie im eisenhandel das könnte sich im eisenhandel machen wir die magie ok was ist denn mit kastenlos bunt einer weiten Felix schon wieder werde ich gegangt von der Hure ja ich sterb schon wieder weg Alter ein glück wo bin ich in meine Pest freigekommen sonst wäre ich jetzt tot ich hab ihn ignited Lisa sie ist deine kleine aus er ist geultet lol typical entweg jetzt Julian du retard oh mein Gott euer Ernst Julian Alter Halt die Presse tust du als wäre es nur mein Schuss gewesen ja warum bist du hör mal rein der Dali hat sich extra gerettet reingeworfen ich konnte ihn nicht alleine lassen ich hab's gebrochen Alter PG Miss Fortune ey das ist heute Missfortunetag mhm das Arcade Missfortunetag ist Missfortunetag jeden Tag was sie steht schon wieder 0-3 ich hab doch gesagt ich ja aber einmal war auch dein UDH dein UDH echt ja da hab ich aber auf der Map gepinkt und da und dann hab ich nochmal SS gesagt okay tschau ja das bringt mir so nix alter 0-4 ja da kann ich ja nix für weiß dann ja jetzt er weckt das weiß ich auch das weiß ich auch Hilfe 0-4 bis Kossi Legs ich komme er wird mein Pink zerstört ja Fisk kommt auch aber der 2 wird lösen den holst du dir da ist kein Mana der ist schlecht so warte der Flasch sich wie gesagt Fisk komm mach irgendwas geh einfach rein die können nicht zu ich hab gleich die Form weiß das wird das stimmt nicht oder vielleicht wird es von lahm weil ich das Ding von ja was ja was oh fuck äh lol lol alter was los mit der wach ein Ding gehen oh man dies gell alter gut job das ist für dein E das ist für dein E das ist für dein E alter alter ich habe kein das gekriegt wie nur wie einfach wo ist es heftig ey äh bock das was ich wollte den oh nein alter es ist nicht zu sterben alter da kann sie nicht äh sagen da kann man nicht leben wieder kommen ich kann die wirklich abbrechen ja was wirst du wirst du wirst du ja die kriegst jetzt wenn du sie holst alter nimm die einfach ja red buff ja sie sind auch die fixe sind tot ja let's pushen ja bitte ach du Schellreger alter ja ich habe das was gesagt ja die ah will für dich da auch nie glaube ich immer bis dann back oder neben den Wolf kann man sich eigentlich noch slacken ja oh die kommt der hat sich unsichtbar gemacht geh weg oh ich komm äh Fizz kommt dich oh oh da war ich ja auch schon besser mit Ori äh föh ach so scheiße steht ja kein Tower was sie wirklich geiler mitförmen ne war der ward beabsichtigt äh welcher das gehört vom Wolf im Kampler schade alter eine Sekunde zu bleiben oh ok die sind da da pisse dich ich auch für mich Lisa sie ist eine kleine ruere 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 cooler Mensch ok der zweite bot ist glaube ich noch weg vormitte alter versuch dass der irgendwie auf dich schrauben jump oh Moment ich kann natürlich immer bot kommen ist natürlich auch so eine alternative der ist um der homo also bot gang incoming misfortune killing yo die hat 6-2 geil warum ist Felix jetzt bot I don't even understand it ich hab einen Tower oben gekillt oh scheiße mein Tower hat gekillt boah ich krieg die Kamps und verliere kein Leben das nervt also ich werde mich jetzt in äh ich werde mich jetzt in den Dragon begeben und dann werde ich mal bot ganken warte nur bis jemand kommt ok äh ähm füssen auch aber es ist für sich möchte er was ist ok sorry wirst du noch kurz da ist er will und da ist er will und jetzt ulti der kann nacken ich komme mitte alter läuft die gern komm voll zu dir wenn ich bitte ganz schön sehr nett sehr nett das muss man nicht lassen komm jetzt herr du fischgesicht ein assist alter ist ein scherz sorry sorry mal mann mit def da ich gefehlt der stirbt nicht läuft die oh god war das schlecht nicht wobei wo er so gut dass die banger sind unterwegs welchen hallo die banger sind unterwegs wie kann man so ein Glück haben in dem Moment da zu sein echt so ein Ape ich hab halt paar Mal gesagt oder was ist vor allem gesagt Ringer kommt oh ne die MR ich komm dir entgegen dann Daniel bitte sei da tatscht laube Sache das Chorall gewesen ja ich bin von hier über hier escape dann hier durch und bis hier hin basti er ist eine kleine eh Draganer am Kar geh mal hin Felix Buchholz ja okay versuch'n Stein-Steinstiel oh ne die nevermind das wird nichts ne ja für jeden Fall ne ich mach' da kein Damage damit ja wasch'n die BK weg ne die können wir ficken wenn ich da bin am Kar ein bisschen Damage schau'n ich eigentlich ich bin auch noch da oh god oh god warte ich werf' dir einen Antrum zu na knappe Sache die können wir ficken wenn Alex da ist nicht schlecht ja und jetzt gewinnen wir den Teamfight wo ich tot bin boah danke Daniel ey so ist's halt manchmal, wa? ich hab wieder 1-3 am Heffen alter das ist nicht so nice alter ich hab den Kill gebaut ich hab die ganze Zeit vorher auch den Leuten Kills gelassen du Arsch das war mein erster Kill na wir pushen einfach nicht ich bin Teamfight die Regel du Pappen ok ich port mich gleich ein oh er portet sich schon ein I smell this tank ganz ungefähr keiner nimmt die Lantern na oder nicht toll go Alter wir können die killen go go Power Ranger ok doch nicht ja ja oder warte ich komme na ich bin mit seinem Stack holt die Seele oh ich muss ja nicht bald nah sein riesennah dingens mega knar ach du scheiße help gleich kommt der Antrum wer war nicht da ja da wollte ich einfach warden ey äh geregelt das war die Lantern womit den du da wolltest oder? der Dance der Dance richtig krass kann man ein paar Camps clearen wenn man sich wiggles äh fair refer meine ich ich kann mal die board turret eigentlich weg pushen Alter äh I like blue buff and cannot lie I like blue buff and cannot lie Hör auf das hast du ja mega scheiße gemacht ich konnte nie meinen boost bekommen oh man I like blue buff ne es war I like blue buff oder? I like blue buff and I cannot lie das war geil das war geil als einfach random Kabel so fair reflare am störtchen also bot zu weg pushen sagst du? ja mit du bräuchst ich müß in Hilfe das sind alle Leute ja ich bin da ich bin da weiß der fest dass ich da bin ok jetzt schon I like blue buff and I cannot lie die kommen alle alter die kommen alle bot alle kommen bot die beiden bots sind die besten und jetzt weg 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 u dir pushed ja fiss wir müssen äh top lane ja du hast recht ey ey ich brauche nice ult also ich gebe mich weg komm hunt ist schon zu spät nein ist zu spät ach so ja genau ja genau komm her warte wir müssen jetzt unbedingt mit dem Alter jetzt sind die in Chessly Alter Julian du Huren den holen wir uns ja ihr kriegt den schon wackel je nef kannst du dich irgendwie stunnen du Hurenzaun alter 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 aber jetzt wird Mitte gepusht man ich habe keinen Bock mehr können wir uns mal wieder irgendwie aufteilen ich push jetzt mal solo top kann ich bitte Mitte Boah das kann doch nicht wahr sein ey warum habe ich das gemacht äh türk ist türk gut job alter bzw an mich selbst gut das war nicht so gut hilfe das war aber das wird die sind jetzt abgelenkt dann sowieso nicht was helfen welch wir hatten natürlich kein der mit verlassen so schaffst du nicht weiter was ist hier los da nicht schlecht alter ja passt ihr hätte mittel bleiben müssen ja was hat man jetzt ist es was willst du denn ja wir hätten türk bekommen können er macht julian den jetzt wieder darf ich kurz julian du kennst den bar geile old basti 9 ok ich habe doch gerade schon eine gewollte kann ich nicht wissen ich mach mal drake ach du kennst den bar hoffe ich schaff den in der zeit auch nein das war heute hinkommen so die macht meinen red ok oh nein du stirbst ah doch nicht ja vielleicht aber ich hab drag gemacht also wifelt äh warum hat mich gewandt nur durch den scheiß in hilf was die afkar nein deft mal bitte irgendwer von euch drei und den turk bitte auch oh fuck werden auf kader führt äh ja ganz vergessen das habe ich verdient auch mal richtig ja das ist das ist äh und das ist auch mal in einem ja ne äh, mach ich ja oh mein gott alter, Julian, gut 1,1 1 ist das Fortune, Alex ja, da waren grad 3 hä, WTF hä, warum hab ich grad die Ding heimport an ja, ich hab warte, warte, ich chill, ich schau, wie es sich entwickelt und dann auf den Spot umher umher, oh mein gott ach, ich hab keinen Bock mehr oh, können wir surrendern alter Alter ist auch eigentlich gleich vorbei wahrscheinlich kotzt mich einfach nur an oh nein bis Felix abkleizen ja, Alter das ist echt heftig ja, das sollten wir mal machen um da irgendwie wieder ein Backup zu bekommen ich geh jetzt erstmal auf den Spot er bräuchte ich aber wegen Smite ist schon klar wenn's klar ist, dann kommst du nicht weil er halt auch gedeschtet muss ledigst die Inibitoren ne, das stimmt, dad die brauchen wir nicht wenn Barron haben, brauchen wir keine Inibitoren ach so, okay ja, geh, ich kotze noch top ach, weil du kennst den Barron er ist eh gewordert er ist eh gewordert das könnt ihr vergessen wie ist denn oh, sorry war outed er passt euch, ich safe euch und auch ne pushen push nur in der Mitte kommen push nur in der Mitte kommen oh, dieser schnelle Sack, Alter jetzt hat er eh schon heute tot wuff brech ich ja, Felix push jetzt einfach wir müssen uns pushen weil die haben auch nicht ah, da muss ich jetzt mal weggehen versuch den Viertel zu wegzuficken nein, scheiß Creep ey, das kann nicht sein ich kann weg ich kann weg ich bin direkt auf Fizz äh, erweilen ja, jetzt erweilen ah, die ist so schnell hab sie hab sie nicht gewordert, oder? ja, wir müssen aber trotzdem direkt wieder deffen ja, der U dir push top der U dir push der U dir push der top wie hieß du gerade? der U dir push der den hast du gefickt, Daniel Daniel? ja du Ficker was machst du da Julian? hallo da, ich bin du, ey frag mich, ich frag mich nicht mehr warum keiner deft Arschloh du hast die nicht genommen ich wollte doch warten in richtigen Moment des geht's ja im richtigen Moment das geht nicht in richtigen Moment wo sind die, haben die gMP ershirt? ooo... Fick denen jetzt bitte äh, ulti alle ist beste Leben ja, Felix alter, ne, das war ja voll der fail er hatte 3 Wads zu machen Felix zu machen, grad Baron alter ja, weil die Drogen zu waren äh, warst du so nimmer so, ey hotline pushed ja, das ist aber was hotline kommt über den pushen ey, warte, 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 warte probier mal solo Baron, okay kommt der wo willst du den Fokuss in der M11, oder? immer auf der M11 ok, Baron macht mir keinen Schaden ich mach, schwul so, haltet mich hier hin haltet sie hin oder helft mir an, zum Beispiel die Hälfte von ihm hab ich schon da hinhalten wird nix doch, da sterben wir doch, das will halt den Kriegchen oh oh, doch nicht, verpissen ok, entweder das Weiß ok, der war bald good job, Leute der Sukkulaps ist mir einer musste helfen nein, ach Gott, wer im der mit Job бесchef sich kurz abzuschweiten das meinte zu früh ich hab gar nicht gesmeitert das war Evelyn Ukes meinte ah die hat zu früh gesmeitert besuch abzuschweiten das meint gar nicht ja, ich hab gedrückt aber das war so schnell weg weg weg, weg, weg weg, 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 weg weg, weg weg, weg, weg nein, heute, jadius so leute schmerzen wir jetzt mal einfach das penefant mitte durch oder top oder irgendwas ja top ist natürlich besser und natürlich auch mal ein paar kills ab grad lang der lull felix bestes passel zum hinhalten am k nice flash nice ult von mir ich darfst mal jubeln ich krieg die bot farms danke weil ich schon keine farms äh kids kriegt ja irgendwer solid ultfischen office bist du am k jemand muss bettet essen und top ich habe keine uld ich bin useless wie ein stück schrotzenkuchen so useless das ist ganz schön dolle useless alter das problem ist wir haben keine minutes aber ich darf einfach ok ich muss mal ein bisschen bot lane ich muss mal lieber äh nächste uld das krieg gut es sind noch die fälle bis ich komm ja krieg ich schon dann komm ich mir home guards kriegt der hinter der abe oder warte mal nicht scheiße ich glaube keine oder zu berichten ach gut naja locker easy alter locker easy du bist getrockert locker kopf ab nur trau kuba vorkontakt aber oben ab kumgrab opfer ich sag beide irgendwie kommt was schon alte ballanne gut job das war gut läuft bei euch ja du auch und alles so ausmachen kann äh fiss ist geht mal zum blut der fiss macht dann grad wir können dann da abfangen mach schnell red ich hab' ich hab' kein blut kannst du auch nicht ich hab' ich hab' ja wenn du willst boah boah sind viele minuten zum starten ich hab' missklick ja ich geh' kick die mal Oh fuck Erstmal alle gestunnt Und nochmal gestunnt Und steingeworfen Ja BAM BAM Alter das Na Beste Solo Baron Beste Ja Solo Mauli, ich hätte den Solo gemacht, aber ihr musstet ja unbedingt kommen Theoretisch Ja Ich push einfach fort, das ist genau so Ich push top Bist du voll AD, spiel mal voll AD bitte Ja, lass verpassen Das war nicht zu knuspel Die ist hundertot Good job Doch Oh 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 nein Oh 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 Jetzt müssen wir uns verpiseln Äh Ich konnte mal weg Ich hab Tobi uns gepusht jetzt Aber ich mach Ich mach Vielleicht wir übrigens Harrigan kaufen oder Ähm Schutzengel Ja, Schutzengel Ja Und Draven Runans 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 Runan Raven Runans Runaan Draven Runans Drawan Waren sie auch auf dem Team Games Con festival Fall. Bich? Oh, LeBron. The honey batches. Bich? The honey snaggers. Dead grab Amka. The honey. Aua! Oh, the Evelyn too strong. Oh, the shit is on the floor. I see. I see you. 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 Pixies. Pixies are the best music. Everybody hear the Pixies. Cartes Geld, Cartes Geld. I can't do anything. I have more money. I will get the maxi gear. I have more money. I have more money. Alter, Alex wollte ich surrendern. Basti, was warst du eigentlich die ganze Zeit? Ja, Alex hat auch Baron gemacht. Humsnappen. Ja, das ist ja noch dümmer. Baron ist noch dümmer. Baron machen's dumm, Leute, habt ihr gehört? Ne, ne, wenn du surrendern willst, dann sagst du, aber dafür hab ich Baron gemacht. Oh, verdammt. Versteht, verpfiffen, 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 amkern, aus dem hab ich ihr nicht surrendered. Ich hab's nur gesagt. So is it.